Wanderer oder Spielgabe die Hörer also sie lagen 3 0 in Führung und 20 Minuten haben 7 Elfmeter bekommen halt um eigentlich mehr und dann war der Bildschirm auf einmal so das war komplett schwarz und dann sah das so aus und würden so so Sterne entgegenkommen und sah das einfach so ganz viele weiße Punkte hier umgeflogen sind total dumm aus hat FIFA geil hinbekommen Fabian nehm ich grad auf oder was? Fabian Jona? Ja ich glaub da ja ja Wie gerüttet denn noch? Weitere ne? Der Torf? Ja Das erste Spiel der Saison ging verloren und das weiß eine weitere Niederlage und sie sind in der Abwärtsspirale Jawoll Fabian Fabian Spielleiter ist heute Dobroslav Zmüh Hallo Der Schiedsrichter hat angefiffen Hoffentlich wird's ein tolles Fussballspiel Können ich denn die nächsten Elfmetern einfach haben? Nur einen ne? Ja ok Und da sieht doch noch einen einfach aus Und da sieht doch noch einen einfach aus Und da sieht doch noch aus Und da sieht doch noch aus So Kann das da ohne dass du alles spielst? Ne eigentlich nicht oder? Ne Kann auch gar nicht gleich oder nicht Und da sieht doch mal was Oh mein Bruch Fuck Fuck Hallo Ah ne So Jetzt haben wir So jetzt bin ich schon wieder mal da, das Mikrofon vergessen, einzuschalten und das drauf. Was ist bei mir? Ich weiß nichts, ich war gerade nicht da. So, dann fangen wir mal an. So, andere Richtung, ne? Ja. Hey, Leute. Und, ja, gehen wir mal einen Schritt zurück. Ah, leck mich, was suchen wir da wen? Ah, ok. Ah, sauber geklärt. Man muss ja einfach das Video haben gucken. Ich war, ich glaub, da hab ich irgendeinen Fall, äh, schon mal das Ingekopfschaden. Weil, ich glaub, da geht's los. Boah, Junge. Uh. Lara, Fall. Für mich ist das genau die richtige Strategie. So hat er von Beginn an alles... Für mich ist ganz sauber alles. EA, ne? Ja, jetzt gerade, aber bei mir ist nur der Schiri noch mit der gelben Karte nahm. Naja. Und auch. Hahaha. Bei mir war es gerade bei Wiederholungen. Dengemeinen. Äh, ist das jetzt voll. Alles wegen mir, toll. Vielleicht war das gerade eben nicht mehr. Was? Vielleicht war das gerade eben nicht mehr. Bei mir. Für den Metern. Ja. Gute Flanke. Eine. Unpräzise Flanke. Das stellt die Verteidigung vor. Keine Probleme. Oh, ich bin abseits. So. Ja. Da läuft der. Da läuft der. Souverän geklärt. Fuck. Ich dachte, der Schiedsviertel ist ein junger Mitspieler. So, jetzt hier. Ja. Ja. Ja, ne. Nicht ausgetaxt. Guck mal einmal. Von oben, von oben, aah. Wann ich gar nicht? Hallo. Oh, weg! 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 Weg us. Weg! Ja! Ja! Doch, das ist schön! Oh, ich gehe gegen Deutsche, Alter. Geil! Was? Ich gehe gegen Deutsche. Deutsche. Was für die nächste Herr Theftal? Junge, dann ist dein Intimate kaputt. Bei mir ist das nicht so. Dann habt ihr beide kaputt. Scheiße, ey. Einer bissender Zweikämpfer, der Erfolg hat. Er hat den Ball. Du mit deinen EA. Dann hättest du bei mir auch nicht gegangen. Das war auch bei dir, ich hab dich nicht gestartet. Ja, das war zum Vorwarten, man. Hier ist schief. Bam, 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 bam. Ach, ihr seid alle ohne. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Ja, mein Handy backt auch gerade voll rum hier. Das waren wieder meine eigenen Wagen von gerade. Schon wieder hier so... Cyber-Attacke. Da hab ich bis zum Torwart gekommen und dann hab ich voll gegen den Torwart geballert. Cyber-Attacke. Ja. Da stand einen halben Meter vor mir und der hat mir voll abgeschossen. Ich hab da nicht mal den X gedreht. Schau. Uiui, ganz schmackig. War schön. Schau. So schießt er aus der Distanz und vor uns über... Ja, klar, mit einem halben Kilometer bei Tor. Ja. Das lange Schritt wird durch ein. Ja, das kann ich auch. Guck mal hier. Junge, was ist mit meinem Handy gerade los? Ich drück auf den ersten Chat und der macht ganz unten. Junge, so behindert. Naja, jetzt bin ich doch wieder da. Ja, mach doch. Du bist auch so am Ball an. Du kannst doch mal passen. Nee, ich bin so gut. Du kannst aber keine Solos. Du kannst aber keine Solos. Du kannst aber nicht schießen. Spiel dein Luni-Limit-Team dann noch. Nee, 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 einfach nicht. Ja, der Ball war schon tot und das muss Eckball gehen. Ja, das ist so. Guck mal, Alter, was geht in der Ecke? Du hast die Ecke, ja. Der Trainer der Heimmannschaft deutet seinen Spielern an, der sind immer bei der Ecke. Guck mal, ich muss jetzt noch mal die Wiederholung. Guck mal, ich muss jetzt noch mal die Wiederholung. Guck mal, ich muss jetzt noch mal die Wiederholung. Okay, geil. 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 Einmal geil. Guck mal. Mach lang. Ja, komm, er macht nie noch. Er macht gar nichts. Ah, gegen, gegen uns noch. Ja, sauber. Du hast den Shizu gar nicht gesehen, ne? Oder wie ich zeigte? Ah, beide Abseits. Oh, Junge. Junge. Hilfe. Jetzt ist es Abseits. Das ist ein Spiel im Abseits. Der Schiedsrichter entscheidet auf Abseits. Gut gesehen vom Schiri, das muss er aber auch sehen. Ja, logisch. Ganz klar, das Abseits und damit... Ja, das ist schon wieder viel zu viele Schauen, so. Oh, ich liebe FIFA 16, das ist doch geil. Frauenfußball. Ja, ist doch scheißegal, er kann sich in die deutsche Mannschaft spielen. Und sich gleich den Ball zurückerholt. Der deutsche Mannschaft, ich will die dritte Liga an, und fallen in Osnabrück zu Ophinau. Ja, du bist so gut. Und auf der anderen Seite soll die Gastgebende Mannschaft jetzt also setzen. Was nicht wirklich... Junge, lass ich dadurch nicht... Ja, Junge, ich bin Flankenmann, und das ist jetzt die Möglichkeit. Und das ist jetzt die Möglichkeit. Wer hat jetzt die Möglichkeit? Wer hat jetzt die... Wer hat jetzt die... Wer hat ihn vorerst gemacht? Junge, diese passiert schon mal. Ja. Ja, echt? Kleinigkeit?